Absolut, was genau ist denn vorgefallen? Na, Aufträge, die Nice-Bags... Die Aufträge der Nice-Bags wurden eben immer brenzliger. Die wollten um jeden Preis die Oberhand gegen die Störebrands. Als da die ersten von uns bei solchen Dingen draufgegangen sind, da hab's mir gereicht. Laris ist zu weit gegangen. Der hat sich ohne Rücksicht auf Verluste von Nice-Bags kaufen lassen. Ich hab ihn deswegen zur Sau gemacht, er hat aber nur noch gelacht um mich... Der hat aber nur noch gelacht über mich. Es ist schwierig, diese Suff-Sachen richtig lesen zu können, tut mir leid. Also ich versuche es nicht so vorzulesen, wie sie das steht, sondern den Inhalt richtig wiederzugeben. Da ist mir einfach der Kragen geplatzt und ich hab meinen Knüppel gezogen. Da sind die Schweine zu dritt auf mich los und der Wackernagel hat die ganze Zeit dabei gelacht. Ah, aber ich zahl's ihm auch noch heim. Diesen Knüppel, wo kann ich den finden? Im Vormannsheim. Wir hatten dort ein Lagerhaus als Unterschlupf. Aber ich werde nicht hinkommen heute so... Heute... Da soll heute wohl was Großes. Vorhin hat mein alter Schwarzaung-Kumpel Radulf Kramer hier... Der hat mir erzählt, dass da hoher Besuch sein soll. Muss wichtig gewesen sein. Hat's verdammt eilig gehabt. Hoher Besuch. Hm, interessant. Ihr wisst nicht so fähig, wohin dieser Kramer gegangen ist. Der muss immer schmierig stehen, weil er lach ist, wie früher im Iman immer die gleiche Aufstellung behält. Am Tor zu Vormannsheim bei der Brücke, die zur Halveninsel rüberführt. Habtankt, dann werden wir eurem alten Kumpel mal einen Besuch abstatten. Grüßt ihn von mir, wenn ihr ihn eine reinhaut. Alles nur miese Speichellecker ohne Rückgrat. Aber was rege ich mich über diese Schaubande auf? Danke nochmal für das kühle Helle. Ich hab zu danken. Ihr habt mir wirklich sehr geholfen. Hm. Wer ist denn eigentlich euer ruhiger Freund da? Der hat noch kein einziges Wort rausgebracht. Äh, ich bin niemand Bestimmtes. Mein Name ist Riokulan Störebrand, so ein Iman Störebrand. Auch ich danke für eure... Auch ich danke natürlich für eure Auskünfte. Beim Namenlosen, wieso habt ihr nicht gleich gesagt, dass ihr von Störebrand seid? Verdammtes Scheißenreins. Jetzt bin ich geliefert. Keine Sorge, euch wird nichts passieren. Für euch interessiert sich das Haus Störebrand nicht. Lasst uns losgehen. Ich möchte unbedingt herausfinden, was soll dem Vormannsheim vor sich geht. Und wer dieser wichtige Besuch ist, von dem die Rede war. Also wieder raus hier. So genau. So genau. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gut, dann schleichen wir jetzt mal durch Fuhrmannsheim. Ich hoffe, wir schaffen das noch in dieser Aufnahme-Session. Dies ist also Fuhrmannsheim. Nicht sonderlich einladend. Und wieso ist es auf einmal so neblig? Ich habe das Torsicherheitshalber wieder verschlossen. Hey, wir wollen ja nicht, dass uns jemand in den Rücken fällt. Sonderbar hört ihr das auch? Wie meint ihr das? Man hört doch gar nichts. Eben, es ist viel zu ruhig. Wo sind die ganzen Leute? Schaut doch drüben. Die Straße ist mit einem schweren Wagen versperrt. Wir sollten unbedingt zusammenbleiben und vorsichtig sein. Wäre doch gelacht, wenn wir nicht rausfinden, was hier vor sich geht. Das ist... Das sehe ich genauso. Lass uns vorsichtig weitergehen. Okay. Wenn wir die Fässer zerstören, kommen wir dort hinten vielleicht weiter. Ja. Vorsicht! Seht dort! Das ist sicherlich einer dieser Schwarzaugen, der seine Wachrunde dreht. Wir sollten den Nebel ausnutzen und uns an ihm vorbeischleifen. Gute Idee. Probieren wir es. Verdammt, ich hätte nicht so viel trinken sollen. Wieso muss ich auch immer Wachdienst bekommen, nachdem ich gesoffen habe? Dieser Laris. Er ist schwindelig. Verdammtes Verducker. So ein Mist. Meine Füße schmerzen. Ich sollte mich hinsetzen. Ein wenig im Außen. Was passiert dort unten auf dem Weg? Ist es eine Versammlung? Dieses ganze Gestrüpp und dieser Nebel versperren die Sicht. Von hier kann man aber auch gar nichts richtig sehen. Hm, aber schaut von unten drüben, sollten wir einen besseren Ausblick auf die Sache bekommen. Der ist zum Glück eingepennt und kriegt nichts mehr mit. Ja, steht nachvollziehbar. Ein verdammtes Grünzeug. Man kann überhaupt nichts hin kennen. Bleiben umgedeckt. Mit diesem Schwarzaugen ist nicht zu scherzen. Wir sollten unbemerkt bleiben. Finde einen besseren Aussichtspunkt. Von der anderen Seite sollten wir diese kleine Unterredung besser beobachten können. Ja. Sicherheitshalber mal wieder ein Quicksave machen. Geht acht. Noch eine Patrouille dieser Schwarzaugen. Nur diese Rattenbevölker ein Fuhrmannsheim. Der Einfluss der Bande in diesem Viertel muss enorm sein. Ja, das Problem ist, wir müssen wirklich... Einmal außen rum gehen. Was für ein Lärm kommt aus dieser Kneipe. Die ist sicherlich voller Schwarzaugen. Wir sollten einen großen Bogen um diese Kaschemme machen. Wie soll man hier vernünftig wache halten? Man sieht ja kaum den... Noch mehr von diesen Typen. Dort, auf der Mauer, auf der Lauer, sitzen beide Wanzen. Jetzt würden die Anspielungen aber langsam etwas seltsam. Diese Warterei macht keinen Sinn. Ja, du hast recht. Wir haben Fuhrmannsheim so verbargert. So langsam habe ich... Da kostet Popos, aber da krieg ich die Nase voll. Trotzdem hocken wir hier rum und müssen aufpassen. Zeitverschwendung. Ich bekomme langsam Hunger. Die sollen endlich mit ihrer Unterredung fertig werden. Alles nur wegen dieser hagere Nullwine. Nice back hin, nice back her. Ich weiß nicht, wieso wir uns mit denen abgeben. Nee, ich hab wirklich Hunger. Diese Warterei kotzt mich an. So, als würde sich jemand an uns vorbeischleichen können oder so. Ha, der war gut. Wenn wir uns umdrehen, steht dort bestimmt ein Trupp Stadtgardisten. Sieh mal einer an. Da haben wir ja unsere kleine Versammlung. Das dürre Frauenzimmer dort drüben ist zweifelsohne Ulwine Nice back. Wenn sie sich schon die Blöße der Anwesenheit gibt, muss es wirklich ernst sein. Der Kerl in Uniform muss der hiesige Obergardist sein. Also dieser Taschmann. Wie es aussieht, ist die Stadtgarde nicht sein einziger Geldgeber. Sowas in der Art war ja zu erwarten. Die zerlumpte Gestalt daneben ist mir allerdings fremd. Hm, vielleicht dieser Wackelnagel. Schwarzaugen sind ja genug hier. Warum also nicht auch ihr Anführer? Das würde auch zu den häufigen Überfällen dieser Burschen auf unsere Lieferungen passen. Merkwürdig. Dort, neben Ulwine Nice back. Seht ihr den? Sieht aus wie ein Magier oder sowas ähnliches. Egal was das für einer ist, es bedeutet mit Sicherheit nichts Gutes, wenn das Haus Nice back sich schon mit Leuten diesen Schlags umgibt. Diese verlogene Schlange. Eigentlich hätte mir klar sein sollen, dass sie hinter all den Problemen steckt, die wir in letzter Zeit hatten. Die Nice back als Kopf des Ganzen. Der strohdumme Wackernagel, der die Drecksarbeiten macht und dieser korrupte Dreckskaltaschmann, der alles vertuscht. So ergibt es alles einen Sinn. Aber wie passt dieser Zauberkundige ins Bild? Aber wir sollten uns nicht zu lange aufhalten, sonst werden wir noch von einem dieser Halunkenhinterrücks überrascht. Wir haben für heute ohnehin schon genug herausgefunden. Gehen wir. Länge hätte ich es in der Nähe dieser sauberen Gesellschaft sowieso nicht ausgehalten. Gehen wir zum Lagerhaus zurück. Von heute habe ich genug Informationen erhalten. Wir sollten hier besser leise und schnell verschwinden, bevor man uns erwischt. Mhm. Wieder ein Quicksave machen. Sicher ist sicher. Musik 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 Wie soll man hier vernünftig machen? Wie soll man hier vernünftig machen? Wie soll man hier vernünftig machen? Wie soll man hier vernünftig machen?